Ah, okay. Das ist aber kein Samen. Schade. Ah ja. Sehr schön. Sehr gut. Wo genau sind wir jetzt? Ich weiß nicht, ob es da unten aber noch was zu holen gibt. Was ist das hier? Riesige Blumen und Ranken. Alles schleimig und Spinnen. Okay. Wir gucken uns trotzdem mal unten rum. Vielleicht finden wir noch eine Kiste. Na, komm. Ach, komm. Oh. Ah. Das gibt's doch nicht. Jawohl. Ah. Trotzdem. Ah, hier gibt's noch was zu scannen. Diese Wanken sind zu gruselig für Grease, aber was soll's. Ah, okay. Da haben wir einen Samen gefunden. Da komm ich auch nur mit Werkzeug hoch. Okay, da halte ich mich nicht mehr fest. Na ja, gut. Hier scheint's doch nichts zu geben. Das weiß ich nicht so. Du hast den Aufruf, ein Best-of von mir zu machen. Man kann immer ein Best-of von mir machen. Aber, ähm, das war eigentlich für den Trailer von YouTube gedacht. Ich glaube, diesen Trailer, was du meinst. Aber ein Best-of kann man immer von mir machen. Darf man immer. Da hab ich nichts dagegen. Ich freu mich sogar über solche Best-ofs. Es gibt ja einen, der, äh, im Jahr zwei Best-ofs äh, Best-ofs raushaut von mir. Weil die ziemlich cool sind. Zack! Ah, Überraschung! Oh, ah! Ach, Mistkerl hat mich wieder zweimal erwischt. Uah! Ja, raste doch vollkommen ab! Alter, Drecksack! Junge, Junge. Ich brauche ein Stimper, ey. So, ein Abraster manchmal. Ah, ah, ey. Alter. Alter! Was? Ich brauche es. Ah! Alter! Wieso schlägt er denn nicht mehr? Was ist los jetzt? Alter, zwei Schläge und er ist tot. Ah! Was war das denn, bitte? Alter, diese... Ochsen! Echt, Ochsen sind das. Ach, Gott sei Dank. Eine Arena. Das bedeutet... Hier gibt es noch mehr. Ach, guck. Schon wieder eine Spinne. Was ist das eigentlich, wenn ich dich herhole und dann zack! In zwei Hälfte schneide. Oh! Ah! Wie schon wieder? Oh! Oh Gott! Weg, 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 weg! Oh! Ich soll es mich nicht umkreisen lassen. Oh nein, das war nichts. Nein! Ich sehe nichts! Alter! Nur noch diese blöden Zombies! Oh! Alter! Oh, das war knapp. Jetzt muss ich mich... Hängt mal das Teil. Danke. Hey, BD! Sieh dir mal an! Ha! Da war wirklich was drin! Ah! Was war denn da drin? Oh! Ja, okay. Jetzt sehen wir an. Joa. Jetzt haben wir das... Es passt irgendwie so Drist und Grau. Da haben wir auch was Drist und Graues an. Es passt zu diesem Planeten hier. Schiff ist abgestürzt. Es war vor irgendwas auf der Flucht. Okay. Abgestürztes Schiff? Ich sehe gar keins. Ach doch, da. Oh. Hm. Okay. Okay. Ich bin echt am Arsch. Sieht echt schlecht aus mit mir. Uah! Und da sind sie schon wieder. Mein Herz pocht. Super. Er kommt schon. Wer möchte gegen mich kämpfen? Okay. Nummer eins ist down. Ist auch down. Sehr schön. Naja, du kommst auch noch her. Du darfst auch noch. Kein Problem. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ich brauche einen Speicherpunkt. Wenn jetzt irgendein großes Viech kommt, bin ich erledigt. Warum kann ich nicht meine Klappe erhalten? Nein, ich kann mich nicht mehr heilen. Ich habe keinen Stimpack mehr. Oh. Warte mal. Vielleicht. Ah. Oh. Gibt es hier nirgends einen Punkt, wo ich mich wieder regenerieren kann? Speichern kann? Das hört sich nicht gut an. Der rastet voll ab. Die kämpfen gegeneinander. Ja gut. Das kann mir ja egal sein. Okay. Da unten ist eine Kiste. Oh nein. Nicht. Meine Macht ist auch schon fast im Arsch. Nein. Oh Gott. Uh, ich schwitze. Was ist das da hinten? Ist das so ein Punkt? Naja, ich glaube nicht. Ich brauche einen Meditierpunkt. Oh mein Gott. Oh Gott, ich habe noch nie einen Meditierpunkt so schlimm gebraucht wie jetzt. Oh, das stinkt so nach einer Falle. Was? Die haben den besiegt? Echt jetzt? Alter, wie stark sind die denn? Ich durfte mich nur nicht sehen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ja, ja, mach mal. BD. Na, na. Ich bin nicht da. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich hau da mal wieder ab. Ja? Okay. Puh. Die haben mich nicht bemerkt. Alles klar. Vergeltung für meine Schwestern. Am Arsch. Okay. Gut, 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 gut. Da bin ich kurz an denen vorbeigesneakt. Licht. Bitte, 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 bitte. Komm jetzt. Kein Monster. Hey, BD. Hier drin. Was ist das, BD? Ah, okay. Ein Lichtschwertschalter. Ein Lichtschwertschalter. Wie immer. Nein. Ah, okay. Langsam. Hier ist nichts. Okay. Probieren wir es erst mal. So. Mal gucken, was da oben ist. Die Schwestern nannten ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark. Naja, die Mutter, die kennt man. Nein. Wie soll... Wie schnell soll ich denn das machen, bitte? Bitte. 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 Warte mal. Vielleicht so ist besser. Es geht ja gleich wieder zurück. Ah, komm schon. Nein. Ah, jetzt habe ich sogar den Fehler gemacht. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ja, alles klar. Alles klar. Macht sei Dank. Das Ding sieht nach Ärger aus. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Borgaria hat ihre Knochen zusammengesammelt. Achte nicht darauf. Es ist ein Zeichen von Unruhe. Ja, ja, geht lieber weg. Wir können ihn rasch ausschalten. Oh Gott, sind es viele. Ciao. Nichts kann gegen uns bestehen, Brüder. Boah. Alles nochmal. Geil. Schweres Level. Echt schweres Level. Schweres Level. Wo bin ich denn jetzt wieder? Ah ja, hier. Okay. Ich will nicht gegen den kämpfen. Aber hier geht es nicht hoch. Wieso muss ich gegen den kämpfen? Muss ich eigentlich nicht, ne? Ja. 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 Na, kommt schon. Ich kann Akrobatik. Huh. Ich bin ein guter Akrobatiker. Zack. Oh. Ah, verdammt. Okay. Na ja, gut. Ein kleines Fitzelchen hat er mich getroffen. Was soll's. Da war ein ganzer Stamm. Da hast du recht. Ah. Nein. Ah. Ah. Okay. Jetzt bin ich besser gewappnet. Aber dass da gleich von oben wieder zwei runterspringen, ist auch wieder... Egal. Natürlich hat mich der Bogenschütze getötet. Ach, natürlich, hast du wieder. Alter. Ja. Ja. Hallo? Alter. Geht weg, ihr Penner. Ja, ja. Alter, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal das an. BD, ich brauche Hilfe. Alter. Wir können immer noch gewinnen. Okay. Herr Flieh. Ich muss erst mal die anderen... Ich muss die... Lass dich zu, der soll euch auswacht. Fahr da für die Füße, der geht. Ich muss den Bogenschützen platt machen. Ihr seid zum Sterben? Ah. Okay, jetzt brauche ich noch mal... Jetzt, BD. Jawohl. Okay, jetzt. Jetzt kommt ihr. Ja. Ja. Komm schon. Puh. Das war knapp. Ja, wie komme ich diese Feuerflechte nach oben, ha? Das ist halt die Frage. Junge, Junge. Hier schon wieder. Komm schon. Nein. Alter. Alter, wenn die dich mal erwischen, dann machen sie schon einen Gutschaden. Mist. Alle Medi-Stims wieder verbraucht. Warum finde ich eigentlich nicht mehr? Ja. Ich habe einmal welche gefunden. Das war's. Wie viele gibt es denn? Gibt es schon mehrere? Ah, da kommt man nicht hoch. Das ist schon seltsam, dass ich keine mehr finde. Das ist ein Speicherpunkt. Eine Abkürzung. Gott sei Dank. Eine Abkürzung. Samal. Fuck. Mann. Oh Gott. Wo sind die? Wo ist denn der Eingang? Ach, da. Ach, da ist ja auch schon wieder eine. Hopp, hopp. Und weg. Oh. Gott sei Dank.